Heuernte in Nordfriesland. Doch das ist nicht so gewöhnlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Auf einem Feld bei Bramstedt-Lund wird ganz spezielles EM-Heu produziert. 120 schwarz-rot-goldene Ballen sollen hier heute gepresst werden. Unser Lieferant hat uns diese Folien und Netze angeboten. Und diese Netze mit in Deutschland Farben Flagge zeigen zur EM, das fanden wir eine witzige Idee. Da unsere Landwirtschaft sowieso ein bisschen positive Werbung vertragen kann, haben wir gesagt, da sind wir dabei. Wir wollen einfach mal zeigen, wir können auch die Landwirtschaft mal in die EM bringen. Und die Landwirte haben es nicht einfach. Während andere Menschen bei schönem Wetter zum Public Viewing gehen, müssen sie raus aufs Feld und arbeiten. Doch mit diesen Heuballen in Deutschland Farben kommt trotzdem EM-Fieber auf. Wir wünschen dem deutschen Team weiterhin viel Erfolg. Noch ein paar Siege bis zum Finale natürlich. Und jetzt fürs nächste Spiel natürlich auch erstmal wieder alles Gute. Auf, dass es immer rund geht.